Was geht ab? Peace with the All. Was geht ab? Peace with the All. Und ja, Leute, ihr seht schon wieder, es ist diesmal PUBG Mobile. Ja, ist das krass? Weißt du, wie langsam ich gemacht habe? Warum bist du jetzt wieder da? Wie spielt heute PUBG? Ich habe gerade eine Runde gespielt. Ich hatte 14 Kills. Wenn man jetzt nicht glaubt, ich gehe jetzt einfach mal auf Jallery. Hier, das ist mein Account. Hier, Leon Isda. Spielzeit 26 Minuten. Schaden 1828. Und Kills 14. Mein Teammate hatte dabei 2. Ist gestorben. Und ja, ich habe die Runde noch easy geholt. Dann gehen wir einmal in PUBG Mobile. 2. 3. Let's go, Leute, Alter. Ich bin so geheilt, ne? 14 Kills. Mein Kill-Rekord bis jetzt. Ja, das soll heute Livestream für Road to 20 Kills werden. Ja, das würde ich sagen. Ja, das würde ich sagen. Ja, ja, ja. Easy. Ich würde sagen, ich fache Musik dazu an, aber Musik würde jetzt nicht passen, oder? Ja, ich muss das Spiel erstmal wieder starten. Ich würde sagen... Ah, ja, ja. Ich bin so... Fuck, Mann. Road to 20 Kills. Road to Pro... Road to... First Place in this world. Ja, die Pros in PUBG Mobile machen... Keine Ahnung. 30 Kills pro Runde, Alter. Außer das ist gerade mal eine Scheißrunde. Ich meine, das war meine erste Runde pro Tag, ja. Ja, ja, genau, ja, 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 ja. Entschuldigung, was? Ich habe tausend Punkte damit gemacht? Null? Ja, Level 6. Vorfahren. Danke. Alles klar. Kann ich die einsammeln? Level 7, ja, moin. Tschüss. Holy Shit. Okay. Sammeln. Sammeln. Danke. Danke. Hier auch noch eins. Dankeschön. Und das letzte noch. Leute, wie viele Punkte habe ich jetzt? Genug? Für eine neue... Nee, fuck. Hm. Aber ich habe noch irgendwas anderes. Leute, wir spielen wieder Duo. So. Okay, Digga, let's go. Ich habe... Der Typ ist gestorben direkt am Anfang. Also so viel... Eine Viertelstunde ist er gestorben. Eine Viertelstunde später habe ich das Match gewonnen mit 14 Kills. Ich habe gedacht, Digga, ja, wird eh noch so 10 Kills. Ich kriege eh nicht so viele und dann... Okay. Okay, ah. Und der Ansatz jetzt? Hat er gerade geredet? Wo die Facecam sehen kommt, Leute. Ich zeig Facecam, Digga. Ich, ähm... Ich kenn da nix. Nee, da habe ich nicht meine Kills. Ja, ja, Leute. Ah, fuck, Mann. Komm ich an. Leute, hier bin ich. Ja, Leute, wir spielen jetzt PUBG Mobile. So, da kann ich euch nicht tun. Ah, fuck, das ist jetzt... Ich bin halt die ganze Zeit so, ne? Ah, dann kann... Dann geht das leider nicht mit der Facecam. Okay, dann nicht. Ähm, mal gucken, wohin. Ich würde sagen, ich gehe wieder zu den... Ich gehe diesmal zur School. Oh, guck mal, Leute, ich bin alleine. Ich bin alleine, der Typ ist rausgegangen. Ähm, finde ich an sich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil ich jetzt, äh, wenn der jetzt mitgekommen wäre, hätte ich die... hätte ich... hätte er wahrscheinlich auch ein paar Kills gemacht. Hätte ich nicht so geil gefunden, weil ich, äh, liebe Kills. Direkt hinter mir ist die Schule. Ich glaube, das ist die Schule. Bin mir nicht sicher. 99 Spieler sind, glaube ich, in der Runde. Ich bin mir nicht sicher. Die Schule. Ja, das ist die Schule. Da ist der Rucksack. Weil ich am Anfang nur ne scheiß Pistole bekomme. Kampfhose. Eines Magazin für die MP? Was hab ich da eigentlich gerade in der Hand? Ist das so ne Sichel? Lass mich da auch jetzt. Ach guck mal, ich hab hier solche Nacken. Leute, das ist mir noch nie aufgefallen. Jetzt weiß ich auch, wo ich Granaten werfen kann. Leute, ich hab ne Waffe. Wo hab ich diese bekommen? Ja. Na und sie... Stopp, stopp. Vielleicht spiel ich... Also Leute, was ich auf jeden Fall brauchen werde, ist ne Schrotflinte. Ohne Schrotflinte spiel ich dieses Spiel einfach nie. Ich bin mit Schrotflinte der beste Spieler wirklich. Äh... Pistole... Auch nicht. Ach Gott. Das ist so krank, ne? Oh, da waren Revolver. Ähm... Benzin... Benzin kann ist der, der kann... Äh... Ja, sehr hilfreich sein. Ich bräuchte eventuell einen Rucksack Level 3. Weil ihr seht, mein Rucksack ist unten links... In der Ecke. Ist schon wieder fast voll. Obwohl ich noch nicht mal hier die Hälfte gelootet hab. Das ist ein 1er Rucksack. Geht genau? Da ist er. Ich muss ja irgendwie raus. Den Typen, finde ich ihn. So, Double Kill. Das kann da oben auch nicht hin. Ich muss das... Da geht das, okay. Jetzt loot ich den Typen. Okay, ich hab keinen Platz mehr im Winter. Alter, wie weit ist er denn gekrochen, Digga? Ja, und das sind die ersten 2 Kills für diese Runde. Leben tun noch 80 Gegner. Also, mit mir. Schon wieder irgendwas wegwerfen, Alter. Sniper werde ich nicht benutzen. Das werde ich nicht benutzen. Das werde ich nicht benutzen. Das, 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 das. Und das auch nicht. Blindgranaten, Rauchgranaten. Okay. Oh, Johannes Gadegaard. Oh, Johannes Gadegaard. Oh, Leute, ich muss in die Zone. Okay, Digga. Einfach run. Hm. Klar, ich hab jetzt nicht das komplette Teil hier gelootet. Ist mir dann aber eigentlich scheißegal. Mein Inventar ist gut genug, um sagen zu können, ja, ihr habt den verloren. Ihr Scheißdienst, ne? Äh, 2 Kills. Ja, ich hoffe, das werden auf jeden Fall noch deutlich mehr. Ähm. Ach, fuck, ich bin eine Schrotflinte, Mann. Boah, eine Schrotflinte. Ohne Schrotflinte bin ich verloren. Ja, wenn, äh, wenn, äh, mein Gegner eine Schrotflinte hat. Viele gehen immer ohne Schrotflinte aus dem Fight raus. Äh, äh, ohne Schrotflinte in ein Fight rein. Weil sie denken, ja, das Sturmgewehr ist besser. Boah, ich hab grad eben 14 Kills nur Schrotflinten-Action gemacht. Und auf Entfernung halt, äh, ja, auf Entfernung halt mit Sturmgewehr. Aber auf Nahkampf war ich immer, ähm, mit Dingen. Ich muss sagen, der letzte Gegner war eigentlich gar nicht mehr so scheiße. Nur, ich versteh nicht, ja. Ich spiele ja PUBG Mobile jetzt nicht wirklich oft, ähm. Ich streame das jetzt nur, weil ich grad Bock drauf hab. Ähm, und weil ich grad Hype bin. Ähm, also wenn ihr mitspielen wollt, einfach, ähm, ja. Mir einfach ne Anfrage senden. Äh, und dann könnt ihr eigentlich auch schon mitspielen. Also so schwierig zu sein geht's denn eigentlich nicht. Oh, da vorne ist ein Buggy. Okay, sah aber so aus. Ich bin so drüber, um in die Schüte zu laufen. Ja, ne Sichel. Ähm. Noch ein Balkon. Oh mein Gott. Das ist gut. Ich hab schon Glück Level 2, glaub ich, ne. Was war das? Und bis gar. Wohin, mein Freund? Stirb doch. Alter, was war das für ein... Guck mal, er gibt mir richtig, ne? So richtig hart gibt er mir. Boah, jetzt ne Adrenalinspritze, wenn er ist. Muss ich verstecken. Du, das lass ich nicht zu. So. Gib mir die Schoflück-Munition. Was? Leute, vier Kids. Ich würde sagen, die Runde kann noch was werden. Es leben noch. Ich zieh das gerade nicht. Eigentlich 60 Leute mit mir, ohne mich 60. Ei, 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 Leute. Warte, was? Oh, ne bessere Polizei, weißt du? Oh mein Gott. Wo ist das Flugzeug? Da. Wo willst du hin? Hat er schon abgeworfen? Ne, hat's nicht hoch. Schisch. Äh, ja. Hier irgendwo hab ich den anderen gekühlt, ne? Da vorne. Alter, warum ist er noch so weit gekommen? Oh no, what? Mein Name! Wo ist der Team-Mate? Zeig mal. Oh, mein Gott. Der hat leider auch nichts für die Schrot. Die kann ich aber, ähm... Nachladen. Dann kommt das. Nachladen. Oh, tschüss, guck mal. Halt ich schon wieder vor das volle HP, weil ich das Ding gesneselt hab. Also ich gönne mir jetzt da vorne erstmal ganz sneaky das Auto. Fünf Kills. Es leben noch 55. Äh, 54 ohne mich. Fahren. Stopp. Tschüss, headshot down. What the fuck? Wie easy sind denn da mit dir die Gegner? Wie easy war der Typ down? Er hat einen Headshot kassiert und war down. was war denn mein Ton? Oh fuck, Mann. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Also Leute, ich sollte... Ich merke mir... Leon, sobald das Auto steht, kannst du aussteigen. Ansonsten bleibst du mit dem Fahrzeug drin. Das könnte sonst irgendwann schmerzhaft für mich werden, sobald ich, ähm, ja, wirklich mal hier einen Fight hab und ich dann tot bin. Also sechs Kills, also das passt eigentlich schon so krass, ne? Und da vorne. Ich hole mir diesen verfickten Drop. Ich brauche ihn, gib ihn mir, denn ich will diesen Drop haben. Genau den da vorne. Oh mein Gott. Nein. Okay Leute, ich würde sagen der Drop. Ähm, ja wenn jemand den öffnet, dann gehe ich hin und ficke diese Person und ich habe keinen Bock gehabt, dass mir jemand meinen Drop klaut. Dieser langer Weg, der war lang und steinig. Der Drop ist jetzt ungefähr da vor mir. Auf jeden Fall direkt vor mir hier. Sechs Leute noch, sechs Leute leben noch, ne sechs Kids, 28 Leute leben noch. Also ich merke auch, es sind gar nicht so viele, die sich immer den Drop klären wollen. Ähm, ich habe gesagt, mal verlöschen. Ach ne, ich habe mir einen neuen gemacht, der stimmt. Ähm, ja es sind gar nicht so viele, die sich immer hier den Drop klären wollen. Also, komm, Adrenalinspritze, nein, schade hätte sein können, dass es eine Adrenalinspritze drin ist. Was ist das? Was ist das? Medi-Kid? Ach, guck dir das an. Niemals. Ich bin mir das erste Hilfe-Koffer, das ist Medi-Kid. Medi-Kids sind ja ultra selten. Bin ich drinnen? Ich bin drinnen, perfekt. Gegner? Ich hasse diese Menschen, die mich meinen anzuschießen. Ich bin drinnen, perfekt. Ich bin drinnen, perfekt. Der Kampf war echt scheiße, Alter. Ich hab echt nichts gerafft, man. Der hält vor mir, ist der Job. Kann ich doch nicht einfach mal... Kann ich schon für mich drinnen sein, bitte? Wo ist jetzt der Rauch? Da vorn ungefähr, da? Ja, das könnte hinkommen. Ja, ähm, Leute, ich weiß nicht, äh... Ja, ich glaub, äh, der Stream wurde unterbrochen. Egal, das geht weiter. Ähm, ja, neuer Stream ist da. Legging auf jeden Fall, on point. Alter. Das könnte sogar genau passen. Äh, das ist fast... Es leben noch zwölf Leute, ich hab acht Gills. Alter, das ist verdammt viel, man. Road to Glory, bruh. Also, wenn ich so weitermache mit den nächsten 20 Games, könnte ich eigentlich schon in den Top... In den Top... Ja, in den besten 200 Spielern sein. Mein Aim ist nicht scheiße? Ja, okay, vielleicht ein bisschen... Adrenalinspritze, ich würde dich sehr herzlich willkommen heißen. Ja, Leute, das mit der Markierung hat dann... Alter, die Markierung war eigentlich ziemlich nice gesetzt, sogar. Die wurde... Die wurde schon gut. Und da ist der erste. Ja, ich weiß, warum stimmt der Typ nicht? Ja, ich weiß, warum stimmt der Typ nicht? Nein. Oh, ich lasse fliegen, Alter. Oh, ich lasse fliegen. Niemand hat Schrotmulli dabei. Niemand hat Schrotmulli dabei. Also 20 Grills kann ich aber nicht mehr bekommen. Ich fand es trotzdem geil. Ja, geil. Ähm... Könnt ihr euch bitte weiter... Ähm... Was töten... Was damit... Ich weiß jetzt zum Glück, wo ihr seid. Ich habe das schlecht Gefühl, die sind nicht wirklich schlecht. Ähm... Ich glaube, die sind... Die sind bisher... Da... Ich habe ja... Ich habe die�도er... Ich habe die Zunge in den Honey in den Honey, in den Honey. Und die sind nicht mehr patentiert... Ich habe die Zunge in die Honey... Ich habe die Zunge in den Honey... Hab einfach Schrotmonition. Hat der natürlich nicht geil. Wieso hat man im Endgame? Okay, Leute. Letztes Team. Beziehungsweise. 12-Kill-Game. Jetzt muss ich schon wieder 13-Kills werden, Digga. What the fuck, Mann. Wenn der Typ jetzt beim Drop ist, dann wäre er eigentlich vorbei, Alter. Ist er beim Drop? Ist er beim Drop? Das wäre so dumm von ihm. Ich bin jetzt null Problema PUBG-Profi hier, aber ich bin wirklich kein PUBG-Profi. Meine Meinung zu PUBG war eigentlich, ich hasse PUBG. Früher habe ich PUBG wirklich gehasst, wegen der Grafik und so, weil das Spiel halt einfach unmöglich zum Spielen ist. Jetzt hüpfer hier dran, ne? Nicht sein Ernst. Ich bin wirklich nichts im Gegensatz zu anderen, wie zum Beispiel Hand of Blood, ja? Ich meine, das ist Handy-Version, ja? Gibt's irgendwie? Guck mal, im Duo. Im Classic-Duo. Ja, okay, Leute. Ich kann gerade irgendwie nicht mehr. Ich habe es mal gemacht, eigentlich mit. Ich muss hier den Live-Stream-Layer beenden. Falls es euch gefallen hat, ist mir auf jeden Fall eine positive Wertung da. Aber heute wird vielleicht, ähm, noch irgendwann, oh nice, ähm, irgendwann wird heute sehr wahrscheinlich noch ein Live-Stream kommen. Sagen bis dahin, sehen wir uns aber. Ciao, Leute. Bis dann. Ciao.